Mit diesem Trick ganz einfach eine Gurke filetieren und zwar einfach zwei Schaschlikschmisel nehmen, ein scharfes Messer und die Gurke dann am Messer abrollen und schon hat man sie filetiert. Ich probiere aus, dass es wirklich so einfach funktioniert. Ich habe jetzt extra für dieses Video hier das Messer geschärft nochmal und es auch wirklich scharf ist, dann schneide ich hier das Ende von der Gurke ab und es geht schon mal richtig sauber. Ich mache einfach mal so ein Stück nicht die ganze Gurke. Ich glaube, da habe ich jetzt wieder... oder geht es noch? Und ihr seht, ich bin mit dem Messer immer ein bisschen in der Gurke drin und einfach weitermachen. Und Leute, das läuft ja schon locker flockig, hey. Es klappt halt wirklich. Oh mein Gott, das ist wirklich... guck mal an, wie lang das hier ist. Richtig, richtig cool.